Im Reich der Pflanzen starten wir heute in der Aquabotanica mit einer Pflanze auf jeden Fall. Die wird schon mal sehen, die Monstera Deliciosa, mit ihrem fertigen Blatt. Das Licht geht gleich aus, das ist schon seit ungefähr zweieinhalb Stunden an. Denn wir wollen hier nicht zu viel Licht auf die Pflanze ballern, denn die Lampe ist einfach zu nah dran. Okay, Thematik kennen wir schon. Pflanzen unter Wasser, eine fantastische Welt, muss ich sagen. Also das ist so herrlich anzusehen. Ich bin also echt verliebt in Aquarien. Okay, jetzt kommen wir zum Thema. Meine Pflanze bekommt gelbe Blätter. Ja, das haben wir schon bei der einen oder anderen Pflanze auch hier bei uns mitgenommen. Wir sind ja in der Umstellung auf einen neuen Dünger, auf dem HPE-Dünger von Moody's Erde, also von Hesi, vertrieben von Moody's Erde. So, pass mal auf. Hier haben wir tatsächlich ein Fallbeispiel, und zwar der Philodendron Silver Sword bekommt gelbe Blattränder jetzt erstmal. So, jetzt schauen wir uns etwas näher an. Ja, wir werden die Werte gleich auch mitnehmen. Ich habe das auch gestern Abend schon mal reingehangen hier. Also, das sieht schon mal interessant aus. Also, nicht schön, sagen wir es mal so. Im oberen Bereich ist es noch gut. Da ist es noch okay. Also, das, sage ich mal so, Phänomen klappert, klettert halt von unten nach oben. Da oben ist noch alles in Ordnung. So, okay, abgesehen davon, dass dort ein braunes Blatt war, das war einmal komplett gelb und dann jetzt eben braun. Okay, also ist es. Dann gehen wir jetzt einmal rum. Oh, guck mal, da ist einer von den blauen. Oh mein Gott, das ist unsere eigene Zucht übrigens. So, dann sind wir kurz bei der Vanille. Dort tut sich jetzt im Moment nichts Nennenswertes. Aber in dem Zuge müsste ich eigentlich auch mal checken. Das Ding ist ja nur elend lang geworden. Ja, okay. Übrigens, Wasserpflanzen. Manche können auch aus dem Wasser wachsen und sieht mega cool aus. So, okay. Dann kommen wir jetzt gleich zu den Werten. Allerdings gucken wir uns erstmal unsere Drossera Rotundifolie an, die ich komplett geflutet hatte. Also, das Ganze stand unter Wasser, weil die Pflanze wollte nicht mehr richtig wachsen. Und ich hole mal die ganzen Inhaltsstoffe hier aus dem Medium heraus. Das ist Soil, 5-5er bis 6-5er Soil. Also, dementsprechend natürlich für Garniboren. Voraussichtlich auch geeignet. Ja, auf jeden Fall. Denn wir sehen, es geht ja gut. Ob das jetzt für alle Garniboren ist oder nicht, weiß ich nicht. Können wir irgendwann mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen angehen. Wir sehen auf jeden Fall, der Pflanze geht es richtig gut. Gedüngt habe ich noch nicht. Ich werde aber jetzt bald düngen. Aber das kommen wir dann nicht separat zu, weil wir jetzt bei einer Pflanze. Okay. Also, wie sieht es denn jetzt aus? Abgesehen davon, dass wir halt jetzt gelbe Blattränder haben. Ja, so. Du hast es wahrscheinlich vorher schon gewusst, ne? Klar, wenn du aufgepasst hast in den letzten Filmen. Also, wir haben einen pH-Wert von 3,7. Ja, das ist natürlich voll der Burner für die Pflanze, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Burn, nehme ich jetzt, die geht langsam dahin. Das ist viel zu niedrig. Also, pH-6 ist okay. Pi mal Daumen, plus minus, läuft. Aber das hier läuft gar nicht mehr. Ich hatte ja anfangs damals mit Aquariumwasser gegossen. Mit Weichwasser. Bin dann aber auch dazu übergegangen, den HPE-Dünger zu verwenden. Allerdings habe ich das erst zweimal reingegossen. Ich könnte heute auch wieder reingießen. Tatsächlich. Ja, also, wie sieht dein Mikrosiemenswert in dem Zuge aus? Es wäre sicherlich auch wichtig zu wissen, ob die Pflanze, abgesehen davon, von einem niedrigen pH-Wert, vielleicht sogar noch hungert. Ja, sie hungert tatsächlich. Kann man jetzt vielleicht nicht so wirklich erkennen. Ich kann es dir aber sagen, wir sind hier bei knapp 90 Mikrosiemens. Ja, also, sie hungert und sie hat einen niedrigen pH-Wert und dementsprechend bekommt sie gelbe Blätter. So, das nehmen wir heute mit, denn ich denke mal, das ist sehr wichtig zu wissen. Das ist ein Fakt bei vielen Pflanzen. Und wenn der pH-Wert zu niedrig ist, dann funzt es eben nicht mehr. Ist definitiv so. Okay, schön, dass wir dann jetzt ein Fallbeispiel haben. Was werde ich jetzt machen? Ich werde das Wasser rausholen und dann die schwache Variante, wie wir sie schon kennen, einfüllen. In dem Sinne? Ja, genau. Da müsst ihr jetzt aber nicht bei sein. Das mache ich dann nachher alleine. Die Erleuchtung. Ja, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir sind jetzt heute in der Aquabotanica gestartet. Gehen allerdings gleich unten in den Dschungel. Und ja, mal gucken, was noch so kommt, denn heute muss ich auch nochmal wieder weg. Ich mache mir eben Licht aus hier. Denn wie gesagt, das ist hier schon lang genug an. Wir wollen die Pflanze nämlich nicht stressen. Ansonsten bekommt sie aus dem Raum jetzt Licht. Also die Monstera Deliciosa. Werte aktuell. pH 6,7. Mikrosiemenswert knapp 450. Und der Pflanze geht es richtig gut. Ja, der pH-Wert ist nach wie vor das Nonplusultra im Pflanzenreich. Ganz wichtig zu wissen. Und ohne Checken kommt man da nicht so wirklich ans Ziel in dem Sinne. Denn die Werte verändern sich kontinuierlich. Abhängig von der Pflanzenart. Abhängig von der Größe der Pflanze. Abhängig im Verhältnis Größe Pflanze zur Topfgröße. Da gibt es also doch enorme Unterschiede, wie Pflanzen in der Lage sind, den pH-Wert runterzubringen. Das heißt also, den Kalk herauszuholen aus dem Wasser. Das ist also wirklich, ja, eine interessante Welt. Und wenn man das erstmal, ich sage es mal so, wie es ist, da oben verinnerlicht hat, dann funzt einiges wesentlich einfacher mit den Pflanzen. Ich muss hier ab und zu einfach mal Pflanzen, wie soll man es sagen, leiden lassen. Könnte man sagen, leiden sie wirklich? Nun ja, ich sage es mal so, es ist nicht optimal. Aber auch in der Natur ist es nicht überall optimal. Aber um zu zeigen, wie das denn dann aussieht, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also darf ich nicht jedes Mal sofort eingreifen, wenn ich irgendwas sehe. Weil dann kann ich dir nichts zeigen. Deswegen ist das schon ganz wichtig, dass wir das hier im Kanal für uns alle dann mitnehmen können. Thematisieren auch. Okay, also ich glaube, sonst würde ich jetzt hier im Raum doch... Ich gucke mal eben, ja, kann ich auch checken. Unseren Kakaobaum, den checke ich jetzt mal eben, gucken wir uns nochmal kurz an, wie er sich jetzt entwickelt hat. Ja, um einfach dementsprechend auch etwas mitzunehmen. Pass mal, wir machen jetzt einfach... Ich habe schon wieder zu viele Sachen im Kopf, auf einmal. Der E-Fortute da oben geht es richtig gut, muss ich sagen. Die wächst gigantisch. Die steht ja hier im Lechuza-Würfel. Ich kann dir mal eben zeigen. Hier müssen wir darauf achten, dass der pH-Wert auch nicht abballt. Ganz wichtig. So, und dann zeige ich dir jetzt mal kurz was. Ich hatte es ja mal angetickert. Guck mal da vorne. Ja, ich zoome mal ein bisschen näher dran. Ups, nein, das ist kein Würmchen. Das ist eine Wurzel, die unter dem Aquarium herwächst. Ja, das ist schon grandios. Oh, sorry. Hier sehen wir ein paar gelbe Blättchen. Das liegt voraussichtlich an einem Licht hier. Ne, ist es nicht, weil da sind auch gelbe Blättchen, sehe ich gerade. Gucken wir einmal besser. Nochmal genauer. Alles gut da oben, ja. Da oben sieht es sehr gut aus. Ja, also hier muss ich auch mal checken tatsächlich. Ja, genau. Hier muss ich mal checken. Das wollte ich sagen, genau. Also, dahinten ist die Pflanze auch mal hingewachsen. Also aus dem Topf raus, ne. Dahinten hingerangt. Und dort hat sie jetzt eine Wurzel, ja, runtergeschickt an dem Vlies entlang. Und ist einfach mal unter dem Aquarium hergewachsen. Also das ist schon mal richtig krass. Ich meine, wenn ich überlege, was hier für ein Druck drauf ist, ne. Ja, das ist schon heftig. Ja, okay. Einfach mal so nebenbei mitgenommen. So, dann gucken wir mal kurz hier bei unserem Bäumchen. Wie das aussieht, gemessen habe ich. pH-Bert ist bei 6. Das passt also, ist optimal. Und Micro-Siemens-Wert liegt bei knapp 450 mit dem HPE-Dünger hier. Und auch das ist okay. Nur die Bäume müssen kontinuierlich gut versorgt werden. Denn ansonsten kriegt man ganz schnell Probleme. Also insgesamt, was Trockenheit angeht, das mögen die Kakaobäume gar nicht. Jetzt muss ich mal ein kleines Stück zurückgehen. Weil der Baum ist mittlerweile so groß geworden. Ja, der hat schon einen heftigen, großen Schirm ausgebildet. Ich denke mal, so kann man das vielleicht auch ganz gut erkennen. Also ist schon hammermäßig, ne. Ja, gut. Der kriegt jetzt hier dieses Weißlicht. Das ist natürlich nicht optimal. Also zum Film. Aber ich denke mal, man kann das ganz gut erkennen. Ja. Ja, das ist schon der Hammer, das Bäumchen. Also wirklich der Hammer. Hier wird kontinuierlich tatsächlich... Oh mein Gott, I'm so sorry. Hier wird kontinuierlich mit der schwachen Variante gegossen. Mit wenig Leitungswasser. Und wir sehen also, das mag sie tatsächlich. Per Arbeit kann ruhig bis 5 runtergehen. Aber dann ist auch Feierabend. Dann sollte man auch gucken, dass man den dann wieder etwas höher bekommt. Aber bisher gab es hier noch keine Probleme mit der schwachen Variante, die wir angesetzt haben. Also das hat bis dato sehr gut funktioniert, muss ich sagen, mit dem Bäumchen. Also richtig klasse. Ja, okay. Dann haben wir auch ein Update von unserem wunderschönen Kakaobaum hier. Aus der Aquabotanica. Komm, ich zeige es dir nochmal ganz kurz. Tada. Ja, krass, ne. Eine Weide im Aquarium tanzt mit ihren Wurzeln herum. Ja, dem geht es auch noch gut nach wie vor. Hier habe ich noch gar nicht gecheckt, was Sache ist. Das steht hier in der Kokoserde. Macht sich prächtig. Wird auch kontinuierlich mit der schwachen Variante gegossen und gedüngt. Also bis dato klappt das ganz gut bei der Alucasia. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, mal auf, da hinten wächst übrigens das Unsterblichkeitskraut. Nach wie vor, wunderbar. Das gieße ich immer dann, wenn die Triebe runterhängen. Weil da oben kann ich schlecht checken, was Sache ist. Aber wenn ich sehe, dass die hängen, ich gucke ja jeden Tag hier, dann reagiere ich. So, dann haben wir hier oben noch eine Efeutute. Das ist die Marblequeen. Auch die wächst wunderbar. Die lege ich jetzt hier an der Leine entlang. Die können einfach hier oben drüber wachsen. Hat Platz genug. Die steht hier in der Wasserkultur. Also das funktioniert richtig gut. Die kriegt ab und zu einen Schluck Leitungswasser, weil ich eben weiß, dass die auch, ja, tatsächlich kalkliebend ist. Genauso wie die Monstera. Von daher klappt das ganz gut. Das mache ich bei der übrigens auch. Aber ich muss mal wirklich die Werte checken. Das mache ich jetzt auch gleich eben. Aber das mache ich alleine, sonst dauert das alles zu lange wieder. Und das nervt dich sicherlich auch, wenn ich da mal rumhampel mit den Geräten. Also sage ich dir einfach die Werte, wie die dann aussehen. Ja, okay, das mache ich mal kurz bei dem Schätzchen hier. Der Philodendron Malay Gold wächst wieder wunderbar. Wir hatten ja zurückgeschnitten. Das war ja ein Riesenmonster gewesen. Ich zeige dir gleich auch, wo die Steckis sind, die ich davon gemacht habe. Denn die gibt es noch. Aber ich habe nie etwas dran gemacht, seitdem wir das gemacht haben. Sie zurückgeschnitten. Ich habe seitdem nie etwas dran gemacht. Also wirklich gar nichts. So, okay. Außer, dass sie hier im Raum stehen darf. Oder stehen dürfen. So, der Philodendron Ring of Fire macht sich ganz gut, muss ich sagen. Richtig klasse. Das sind die neuen Blätter, die jetzt ausgetrieben sind. Hier im Basalt. Hier müsste ich auch mal checken, was Sache ist. Denn nachdem ich mittlerweile gelernt, oder nicht gelernt, mitgenommen habe, dass Philodendron auch, sage ich mal, den PR-Wert runterbringen, bei der schwachen Variante zumindest. Das heißt, wir müssen, also ich hatte es glaube ich schon mal irgendwann angesprochen, eine neue Variante kreieren für die Philodendron. Denn das ist ja auch mal so, das sind Mittelstarkzehrer, was Kalk angeht. Also kein Starkzehrer, was Kalk angeht. Aber sie mögen es auch nicht zu sauer. Das heißt also, die holen schon Kalk aus dem Wasser raus. Und dementsprechend müssen wir das ein bisschen anpassen. Ich werde nachher mal überlegen, wie ich da vorgehe genau. Müssen wir gucken. Eins nach dem anderen. So, die Begonie, die Amphioxus, wächst nach wie vor richtig klasse hier. Ja, ist schon ein mega Phänomen, dass das überhaupt funktioniert. Geschichte kennen wir schon seit Ewigkeiten. Dem Fahren geht es gut. Hier sind ja auch noch Bergpalmen mit drin. Die wachsen jetzt nicht so gigantisch, aber ist okay. Hier habe ich gestern auch die schwache Variante eingefüllt. Denn auch Farne und aber auch Palmen mögen eher ein saures Milieu. Also sieht klasse aus. Auch von der Farbe richtig gut. Wie gesagt, ich habe gestern nachgefüllt. Also ist ausreichend Wasser drin. Ich hebe es mal eben so raus, dass wir das sehen können, wie das aussieht. Also kompletter, dicker Wurzelballen. Hier in der Badewanne nach wie vor. Hier habe ich jetzt auch Ewigkeiten gar nichts gecheckt, muss ich sagen. Aber okay, im inneren Bereich ist normal, dass da braun wird, weil da kommt kein Licht rein. Dann, das sieht dann halt so aus. Das ist in der Natur übrigens genauso. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Solange die Schätze auch so wunderschön gucken. Das ist schon krass. Aber ich muss auch hier aufpassen. Also ich muss hier auch alle drei Tage gucken, ob noch ausreichend Wasser drin ist. Denn bei der großen Masse ist klar, das kleine Gefäß da, also die Badewanne, hat ja jetzt nicht so viel Wasser drin. Und das verbraucht die natürlich auch ratzfatz. Ja, okay. Also hier, wie gesagt, gab es eigentlich noch nie Probleme, muss ich sagen. Also überhaupt noch gar nicht. So, was wollte ich denn jetzt? Ach so, wir machen es einmal kurz gemeinsam. Ich hoffe zumindest, dass das mir jetzt gelingt. Ich hoffe es. Pass mal auf. Und zwar möchte ich den gerne rausziehen, um zu gucken, wie die Wurzeln da unten drin aussehen. Übrigens sind das zwei Steckis. Und ein Stecki hat sich damals irgendwie, warum auch immer, herausgezogen und ist dann mit den Wurzeln einfach in den Topf gewachsen. Und trotz alledem, ups, wird die Pflanze versorgt. Das ist schon krass. Aus diesen zwei Wurzeln sind das, glaube ich. Ja, zwei Wurzeln, die reingewachsen sind. Das ist schon krass. Also richtig krass. Ich hoffe, das klappt jetzt auch überhaupt. Mal gucken, vorsichtig. Also so viel Wurzel ist gar nicht. Das überrascht mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist hier auf jeden Fall gut versorgt. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das checken kann. Das sind übrigens, wie nennt man die, Rosentöpfe. Das ist ein Ein-Liter-Topf. Ja, also hier kann ich auch mal gucken, ob genug Wasser drin ist oder nicht. Aber ich weiß halt nicht, wie die Werte hier drin aussehen. Gut, und das werde ich jetzt mal eben just alleine checken, um uns nicht unnötig aufzuhalten. Ja, aber mittlerweile macht er sich auch gut. Hat aber so lange gebraucht, um wieder richtig in Gange zu kommen, muss ich sagen. Aber ich habe hier auch nie was gecheckt. Nö, noch gar nicht. Da bekommt die Pflanze auch kontinuierlich die schwache Variante. Anfangs, als sie hier eingezogen ist, auch mit Aquariumwasser. Davon bin ich ja wieder abgegangen. Weil man kann einfach die Inhaltsstoffe aus dem Aquarium gar nicht bestimmen, was da drin ist. Also was die Nährstoffe insgesamt angeht. Und auch Kalkgehalt und so weiter und so fort. Von daher werden wir sie ganz normal versorgen jetzt. Also machen wir ja schon längere Zahlen. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Bei der Efeutute. So, einigermaßen bekommen wir das jetzt hin. 320, knapp 330 Mikrosime. Es dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Aber ist okay. pH ist knapp 7,1. Ist auch okay. Wie gesagt, ab und zu gieße ich da Leitungswasser dazu. Der hat ja abgestanden bei uns pH von 8,5. Von daher ist das jetzt so, wie die Werte sind, in Ordnung. Das belasse ich dann auch so. Wird dann jetzt zwei, drei Mal mit der schwachen Variante wieder gegossen und gedüngt. Und dementsprechend später mal wieder ein Stück Leitungswasser. Und das klappt ganz gut schon. So, dann kommen wir zu dem Projekt kurz hier. Ja, das kleine Terrarium. Mehr oder weniger in dem Sinne. Hör mal auf. Hier habe ich lange Zeit gar nichts gemacht. Außer mal ein bisschen reines Wasser nachgefüllt. Wir sehen, die Pflanzen leiden ein wenig. Die haben also tatsächlich mehr Stoffmangel. In der Mitte, die Blättchen sind grün hier von der Busseephalandra. Dann haben wir hier das Ricardia-Mos. Das ist das Korallen-Mos. Das sieht auch in Ordnung aus. Dann haben wir hier das rötliche. Das ist das Philanthus fluidans. Ja, das sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier ein kleines Stückchen noch. Der Rest ist kaputt gegangen irgendwo. Ja, ist so. Das ist also der Rest davon. Moos fahren. Ja, ist okay. Können wir einfach so erstmal stehen lassen. Dann haben wir das Frauenhaar-Moos. Ja, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist gut gewachsen. Das Weiße ist kein Schimmel, sondern das sind Saugwurzeln in dem Sinne. Könnte man fast sagen. Ich weiß allerdings nicht, wie man das genau nennt. Oder sind es tatsächlich Saugwurzeln? Schade. Jetzt ist die Schärfe weg. So ist sie wieder da. Also es ist kein Schimmel. Ja gut. Also es ist schon mal ganz schön, dass das Frauenhaar-Moos tatsächlich auch so wachsen kann. Eigentlich ist es ja draußen aus dem Wald mehr oder weniger. Ich habe es draußen übrigens auch stehen. Ich hätte mir immer so ein Polster mitgenommen und den ins Wasser geschmissen. Und ich dachte eigentlich, ach, das funktioniert sowieso nicht. Aber denkste, werden wir vielleicht die Tage auch nochmal zu Gesicht bekommen, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. So, also ansonsten habe ich nichts gemacht. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Hier oben wächst nämlich noch eine Pflanze drin. Und zwar ein Farn, der sich durch Sporen vermehrt hat. Interessanterweise wächst der sehr klein. Das wird wohl dem ganzen System geschuldet sein. Huh, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Ich meine, ich hätte ihn damals auch hier drauf gesetzt, dass der so weit oben steht. Weil, ja, siehste, kommt oben schon raus. Ist dann nicht der Burner. Ja, also wir müssen hier tatsächlich, oh mein Gott, warum auch immer, düngen. So, das mache ich jetzt aber noch nicht, sondern ich mache das jetzt mal ein bisschen nass hier. Aber ich habe so die Problematik, bin ich ganz ehrlich, mit solchen Behältnissen, mit Putzen und so. Weil ich habe da eh keine Zeit für. Ja, ist so. Machst du nichts, ne? Deswegen lasse ich die Klamotten manchmal einfach so stehen. Und dann ist das so, wie das ist eben. Ja, okay. Okay, das ist bei vielen Sachen, die man so sieht im Internet, ne? Gerade bei Instagram, diese tollen Bilder. Weißt du was? Wenn du alles putzen musst und so, dann verlierst du irgendwann die Lusten dran. Ist so. Das ist nicht so, dass, ja, was mich interessiert, Putzen. Ne, nicht so wirklich. Ja, okay. Okay, also, es lebt auf jeden Fall noch und hier müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir düngen. Ja, das wird eine interessante Sache, denn auch hier werden wir mit dem HPE-Dünger arbeiten, denn den kann man auch als Blattdünger verwenden. Ich muss allerdings mal überlegen, in welcher Konzentration wir düngen. Wir werden das auch dann, ja, wie gesagt, Blattdünger nur im Sprühverfahren machen. Ich muss mir dafür, ja, allerdings, ja, einen Extrasprüher, sag ich mal, nehmen, weil ich das hier beispielsweise zu vieles nehme, weil da ist nur reines Wasser drin. Weil, wenn ich dann in den Aquarien hier was mache oder so, ist das nicht der Burner. Also, hier bräuchte ich ein separates, kleines, kleines Sprühgerät. Aber da gibt es ja in verschiedenen Drogeriemärkten ja so kleine Sprühdinger, ne? Ich glaube, da gucke ich die Tage mal nach. Weil das sollten wir unbedingt jetzt angehen, wenn wir das Projekt weiterführen wollen. In dem Sinne. So, okay. Dann, äh, jetzt gerade überlegen. Ähm, ja, die Evoitute hatten wir jetzt. Wann auf. Ähm, was könnten wir hier noch checken? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir uns so lange aufhalten. Ich wollte es eigentlich so wie gestern gemacht haben, den Film. Aber, okay, Monstera hatten wir schon. Da oben kann ich nichts nachmessen. Da kriegt auch nur ganz wenig Wasser. Auch immer die schwache Variante. Ab und zu auch mal reines Wasser nur. Denn, ähm, die Schätzchen, äh, mögen kein Kalk. Hier waren wir damals im Arbeitsraum zu viel Licht rangekommen. Deswegen sieht das Blatt so aus. Ist aber das Einzige, wie das so aussieht. Weil es eben zu nah an der Lampe hängt, ne? Ich denke, nur schon einige Zeit jetzt hier, die Pflanze. Ähm, dessen Namen mir gerade aus dem Kopf ist. Ach, manchmal ist es aber auch. So, dann habe ich gerade etwas gesehen. Das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Denn unser Spatiphyllum Diamond Varigata macht gerade eine Blüte. Und die duften so herrlich. Und ich hatte mich schon gewundert, was hier so riecht. Also duften, äh, ne? Also nicht stinken, sondern duftet. Richtig herrlich. Das rieche ich bis hierhin. Die duften herrlich. So, okay. Warum ist diese Pflanze jetzt gerade für mich wichtig? Wir haben unten im Arbeitsraum gestern gesehen, eine, eine, ein Einblatt. Das ist übrigens auch ein Einblatt, ne? Äh, zickt rum, weil der pH-Wert abgeballert ist. Und so gut wie keine Nährstoffe mehr drin sind. So, ähm, hier steht das Ganze im mineralischen Substrat. Das heißt, hier kann die Geschichte etwas länger dauern, äh, bis der pH-Wert abballert. Ähm, kann aber auch passieren. Jetzt habe ich nämlich hier die untersten Blätter schon. Guck mal. Da haben wir jetzt schon... Oh, das duftet. Wahnsinn. Ah, herrlich. Ähm, hier kannst du es auch sehen. Ne, hier sind jetzt so die ersten Schäden, die auftreten. Ähm, nun ist es aber so, wie gesagt, das Ganze steht hier im Topf. Ähm, ein bisschen schwierig nachzumessen. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Vor allem, wenn ich jetzt frisch reingieße, dann sind die Werte ja eher so ein bisschen verfälscht, ne? In der Regel ist es besser, wenn das so ein, zwei Tage drinsteht, das Wasser, dass man das dann checkt. Dann kriegt man genaueren Wert. Aber man bekommt auf jeden Fall einen Anhaltspunkt, ne? Um, äh, Klarheit zu haben. Da werden wir dann nicht ganz genau sein, aber man weiß dann schon, ob er abgeballert ist oder eben drüber geballert ist in dem Sinne, ne? Also, der pH-Wert. Wir wissen, 7 ist neutral, wissen wir alle, ne? 7 ist neutral. Drüber ist alkalisch und darunter ist eben, ja, sauer in dem Sinne. Also saures Milieu. Sauer, also nicht so wie Zitronensäure, ne? Ähm, boah, das duftet herrlich. Herrlich. So, dann haben wir hier unsere Marble Queen. Die wächst ganz anders als die andere oben. Äh, die steht hier in einem Selbstbewässerungstopf und macht sich prächtig, muss ich sagen. Bekommt sehr wenig Licht. Hat fast keinen Grün, äh, doch schon gesprengelten Grünanteil. Aber so wie hier, ne? Also, so. Mal ein bisschen das Licht holen. Ne, so große Grünanteile hat die fast gar nicht. Jo, wie da die Werte aussehen, weiß ich gerade auch nicht. Aber, okay, eins nach dem anderen. Ich versuche mal das bei der Spartifulum Diamond Varigata jetzt hinzubekommen. Äh, ob wir da checken können, was Sache ist. Was ich ja interessant finde bei unseren Einblättern, das sind ja einzelne Pflanzen. Die verzweigen sich gar nicht. Die kriegen da unten irgendwie keine Kindel oder vermehren sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Sondern die wachsen einfach einzeln als Pflanze weiter. Jo, interessant, ne? Das mal so mitzunehmen, wann dann irgendwann mal Babys, Kindel kommen, weiß ich nicht. Also, das Gerät ist eben auch schon einige Zeit alt. Ach so, guck mal, hier haben wir sogar einen Airport. Also, mit Löchern drin. Also, reingebohrt, ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Also, auf jeden Fall. Ja, okay. Dann checke ich das mal eben, was da Tatsache gegeben ist. Bei der Spatifillum Diamond Varigata. So ist das. Manchmal andere Gegebenheiten, ganz andere Werte, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Entwicklung. Wir sind jetzt nochmal bei der, ja, bei unserem, ja, Einblatt. Ich zeige es nochmal etwas. Wir gucken gleich nochmal ganz genau hin. Die Blüte wunderschön anzusehen. Richtig klasse. Die Pflanze sieht kräftig aus. Schön Habitus, also wunderbar gewachsen. Ja, also, insoweit ist alles okay. Aber die Werte sind nicht okay. So, also, jetzt haben wir den, ja, Schaden in dem Sinne nicht gesehen. Es sind ein paar Blättchen, die halt auch Flecken haben hier. Aber es sind alte Blätter. Ich gehe auch fast schon davon aus, dass mal zu einer anderen Zeit irgendwas nicht gepasst hat. Muss eben nicht jetzt gerade jetzt sein. Oder vielleicht aber auch doch. Dazu müsste man die Pflanzen etwas genauer beobachten. Aber sie stand halt da unten rum. Und wenn ich von hier oben gucke, sehe ich das nicht wirklich so. Das habe ich jetzt erst beim genauen Betrachten mitgenommen in dem Sinne. So, wir schauen uns jetzt die Werte an, wie die aussehen. Die Lichter mache ich gleich wieder aus. Da und hier. Ich habe es nur zum Kontrast angemacht, damit wir ein bisschen was sehen können hier. Ansonsten haben wir nämlich nur Blaustich im Bilde. Ja, okay. Also, ansonsten würde ich sagen, geht es der Pflanze richtig gut. Der Mikrosiemenswert liegt bei 280. Das ist ein bisschen wenig, muss ich sagen. Dürfte ruhig höher sein. So, und der pH-Wert, der liegt bei knapp 6,9. Also, doch ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Ja, also, wir haben hier ein mineralisches Substrat, das voraussichtlich auch noch Kalk abgibt. Wir sehen auch hier Kalkränder und wenn Kalkränder da sind, wird Kalk auch immer wieder mal gelöst. Und dementsprechend, ja, sieht der pH-Wert jetzt aus, wie er aussieht. Ich werde das Schätzchen jetzt gleich einmal kräftig spülen und oder aber auch tauchen. Ich glaube, das ist sogar besser in dem Fall jetzt. Ja, okay, dann haben wir die Werte jetzt schon mal mitgenommen, wie die aussehen. Okay, ach so, für den Fall der Fälle, dass du vorhin vielleicht wissen wolltest, wie die Pflanzen denn geschrieben werden, um mal zu googeln. Das mal kurz noch mitgenommen. So, okay, haben wir das. Was wollte ich noch dazu gesagt haben? Ja, schade, dass man keinen Duft rüberbringen kann. Das ist so hammermäßig. Also, das ist echt fantastisch, wie diese Pflanze duftet. Hammermäßig. Auch die grünen übrigens, nicht nur die Variateform, auch die grünen Spatiphyllum, also ein Blätter, duften. So, ich werde jetzt hier in dem Zuge aber die unteren Blätter einfach mal wegschneiden. Ist jetzt schon recht viel. Ach so, nochmal kurz gezeigt, also sie verzweigt sich in keiner Art und Weise. Also, da ist nicht irgendwie, dass da mal irgendwo ein Baby rauskommt. Aber das mit dem Airport ist eine coole Sache, muss ich sagen. Also, richtig klasse. Ja, es kommen halt keine Wurzeln raus, die vertrocknen am Rand. Und dementsprechend entwickeln sich im Topf ganze viele neue Wurzeln. Und von daher kann die Pflanze sich nochmal besser entwickeln. Aber es wird hier auch Zeit, sie mal umzutopfen. Denn mittlerweile ist sie doch recht groß geworden. Ich gehe mal ein kleines Stück zurück nochmal, dass man das nochmal im Gesamtbild sehen kann. Also, der Topf ist ja zu klein. Das heißt, wir müssen einen neuen Airport machen. Ja, aber nicht heute. Dann wird der Film mal wieder ganz anders, als ich es eigentlich geplant hatte. Ist so, ne? Machst ja nichts. Ist aber nicht so schlimm, weil du weißt ja gar nicht, was ich vorher geplant hatte. Haha. So. Also, wir werden ihn fluten. Das heißt, wir stellen ihn jetzt in ein Gefäß, das natürlich etwas größer ist. Kriege ich dich einfach so hier gepackt. Ja, kriegen wir. Guck mal, stellen wir ihn einfach rein. Den Untersetzer mache ich dann dementsprechend gleich auch sauber. Dann stehe ich dich jetzt hin. Dann mal hier drauf. So. Dann, wo habe ich die Gießkanne? Genau. Die habe ich hier unten schon mal hingestellt, damit das auch etwas flotter geht. Ich habe jetzt hier die schwache Variante. In dem Fall heute 500 zu 1500 mit 1,8 Milliliter von dem HPE-Dünger. Und dann lösen wir mal so ein bisschen Kalk hier raus. Denn es ist doch, wie wir gesehen haben, am Rand einiges, was sich dort entwickelt hat. Und von daher, ja, nach langer, langer Zeit mache ich das jetzt einfach mal, ne? Manchmal ist es besser. So, guck mal. Das passt sogar genau. Perfekt. So. Jetzt ist das Schätzchen komplett mit seinem Topf unter Wasser. Und da lasse ich ihn jetzt drin stehen. Zwei Tage, drei Tage. Damit also wirklich auch eine Reaktion stattfindet, dass ich also Kalk auch lösen kann. Und von daher. Aber so unterschiedlich ist das, ne? Gestern haben wir gesehen, das ein Blatt bei uns im Arbeitsraum, was einen abgeballerten PR-Wett hat und auch verhungert ist, was Nährstoffe angeht. Aber auch hier gesehen, dass die Pflanze doch mehr verbraucht, als ich reingebe. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant mitzunehmen. Aber wie gesagt, die Düngerdosis habe ich ja erst vor kurzem erhöht. Also das ist jetzt noch nicht so relevant in dem Sinne, weil es dauert einige Zeit, bis sich da Ergebnisse zeigen. Von daher belasse ich das auf jeden Fall so. Aber in der Regel gieße ich bei der schwachen Variante jetzt momentan bei 700 zu 1000, 300 bis 600 zu 1000, 400. Dementsprechend mit 1,8 Milliliter mit dem HPE. Also auf 2 Liter dann entsprechend. Ja, okay. Also, nach wie vor testen wir aus. Und jetzt würde ich sagen, was wollte ich noch unbedingt gemacht haben. Ne, bei dem Apfelmediener lohnt sich das jetzt nicht. Da kann ich eh nicht wirklich viel messen. Ich glaube, dann gehen wir doch jetzt mal in den Arbeitsraum. Denn die eine oder andere Frage zu den Pflanzen könnte ich dann vielleicht noch mal kurz beantworten. Ja, genau. Wie gesagt, das bleibt jetzt 2-3 Tage stehen. Eigentlich hier. Ne, ich stelle es gleich am Fußboden wieder, logischerweise. Sonst steht mir das im Wege. Und dann kann ich ja nichts anderes mehr fördern. Ja, ich überlege mal gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Philodendron. Ja, hör mal auf. Ich habe jetzt die Variante 400 zu 600 zu 0,9. Also auf 1 Liter. Das heißt also, 400 Milliliter Leitungswasser bei uns per 8,5 hinabgestanden ist. Und dementsprechend 600 Milliliter von dem reinen Wasser bei uns, Osmosewasser. Und 0,9 Milliliter von dem HPE-Dünger. So, okay. Okay, das würde bedeuten, ich gehe damit mal eben kurz nach oben, weil ich habe es schon angesetzt. Und werde mal eben bei dem Philodendron Silver Sword das Wasser wechseln und das da reingießen. Muss jetzt nicht nochmal dabei sein. Und da gucken wir gleich hier nochmal nach dem einen oder anderen Philodendron, wie die sich jetzt zeigen. Dass wir da vielleicht nochmal einen kleinen Rückschluss, in dem so eine insgesamt drauf ziehen können. Wobei auch da wieder von Pflanzen, Sorte zu Sorte, das auch unterschiedlich sein kann. Je nachdem, wie groß die Blätter sich entwickeln, die Pflanzen sich entwickeln. Wie die Substrate aussehen im Verhältnis zu der Pflanze in der Menge und hasten nicht gesehen. Oder auch im Wasser. Also da gibt es keinen Pima-Daumen. Aber Anhaltspunkte, wo man den Weg hin lenken kann, um einen gezielten Wert in dem Sinne zu ermitteln oder zu erzielen. So, okay. Wie schaut es denn jetzt mit dem Philodendron Melanochrysum aus? Ja, da werden wir mal versuchen etwas genauer zu checken. Übrigens kurz die Werte mitgenommen, wenn sie noch an sind. Ja, pH 6,9, Mikrosiemens 430 ungefähr von der Variante, die wir gerade angesetzt haben. So, dann habe ich den Philodendron Melanochrysum damit jetzt auch gegossen. Der steht hier übrigens versuchsweise einfach mal im Basaltgranulat. Hier kommt allerdings wenig Luft rein, das mal kurz so nebenbei erwähnt, logischerweise. So, die Blätter sehen so lala aus. Das sieht richtig klasse aus hier. Das sieht richtig klasse aus hier. Und ja, dann fing er doch mal langsam an rumzuzicken. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hinbekommen soll hier. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen näher dran. Vielleicht kriegen wir das dann ja hin. So, dann sehen wir das Blättchen hier. Das hat sich gar nicht mehr ganz entrollt. Und dieses Blättchen, ja, da fehlt tatsächlich schon irgendwas. Da ist also gar kein Grün mehr hier entstanden. Das ist jetzt das neueste Blatt. Sieht so lala noch aus. Ist gerade noch in der Entwicklung. Ja, was ist dann hier passiert? Ist hier der Perbit abgeballert oder ist der Perbit zu hoch? Oder ist irgendwas anderes nicht in Ordnung? Das versuchen wir jetzt gleich mal zu checken. Das ist hier der Stecki gewesen, den wir mal abgeschnitten hatten. Das müsste auch der sein, der in der Tüte steht. Naja, in dem Sinne, ja, kann man schon so sagen. So, ich würde sagen, dann checken wir das Ganze jetzt mal. Oder versuchen es zumindestens, wie das da aussieht. Und das Schätzchen ist hoffnungslos überversorgt. Wir haben mit 2870 Mikrosiemens in etwa. Das liegt aber daran noch, ja, da gehe ich jetzt einfach von aus, dass von CompoComplete noch einiges mit im Substrat drin ist. So, dann schauen wir uns den pH-Wert an. Wir hatten ja vorhin die Variante gesehen, die wir dazugegossen haben. Die pH-Wert liegt jetzt bei 6,65. Kann sich aber noch einpendeln. Ist sowieso nur ein Anhaltspunkt, weil wir es jetzt frisch reingegossen haben, dazugegossen. In dem Sinne, pH-Wert steigt sogar noch ein bisschen. Aber das ist, ja, in dem Sinne erstmal nur, wie gesagt, ein Anhaltspunkt. Aber der Wert hier, ja, das sagt mir jetzt natürlich einiges. Was heißt im Klartext, hier müssen wir auf jeden Fall durchspülen. Kennst du ihn noch? Ja, er hat schon ein hammergroßes Blatt bekommen. Das ist unser Luxurian Chocophilodendron. Im Moment kannst du ja gar nicht sehen. Das ist einer von den TC-Pflanzen damals. Also, den gibt es immer noch. Hat lange gebraucht, muss ich sagen, um so durchzustarten. Aber mittlerweile hat er schon richtig schönes Blatt bekommen. Also, richtig klasse. Die Werte nehmen wir gleich auch mit. Ich schalte das nochmal kurz ein. Ist gerade ausgegangen. Zunächst mal würde ich sagen, spülen bei denen erstmal ein bisschen durch den Kandidaten hier. Hier tatsächlich mit reinem Wasser jetzt erstmal. Ich werde das jetzt auch schluckweise reingeben. Immer wieder mal einen Schluck. Und dann spüle ich den erstmal durch. Und werde dann anschließend nochmal nachmessen. Das mache ich dann aber alleine. Wie das dann aussieht. So, wie sieht es hier aus mit dem, was ich reingegossen habe vorhin? Ja, 6,9. Knapp unter 7. Mikrosiemenswert ist 530. Das ist okay. Also, hier haben wir keine Anreicherung von Salzen. Insofern ist das soweit in Ordnung bei dem Schätzchen hier. Die Arbeit, wie gesagt, ist jetzt etwas erhöht. Kommt aber, wie gesagt, auch bedingt dadurch, weil wir gerade frisch dazugegossen haben. Beziehungsweise reingegossen haben. Durch Substrat. Und von daher ist das in Ordnung. Ich würde sagen, das belassen wir auch so. Ich werde den auch einmal durchspülen mit der Variante, die wir jetzt gerade angesetzt haben. Um mal zu gucken dann auch, wie er darauf reagiert. Dann dementsprechend in der Zukunft mit unserem Luxurian Schoko. Kriege ich den jetzt einfach so da drauf gestellt. Dann kann ich den nämlich beide in einem Zuge einfach mal durchspülen. Auch hier einfach reines Wasser. Alles schon interessant, dass der in so einem kleinen Pöttchen, immer nur nachgegossen, nachgegossen, tatsächlich sich gut entwickelt hat. Oder sagen wir mal relativ gut. Wie gesagt, ich werde immer wieder mal einen Schluck durchgießen hier. Und dann ist soweit okay. Ich gucke gerade mal, was wir uns noch angucken können. Also das mache ich dann jetzt auch sauber in dem Zuge. Den anderen Untersetzer hatte ich schon sauber gemacht. Hier machen wir gleich mal bei der Bergpalm eine kleine Zeitrafferaufnahme. Da haben sich ja gestern so kleine Tierchen gezeigt. Da weiß ich gerade selber noch gar nicht, was das für Tierchen sind. Von daher gucken wir mal, ob wir das rausbekommen. Wäre ja ganz schön in dem Zuge dann. Ja, okay. Wie gesagt, der Pärbit wird sich hier noch einpendeln. Also das wird noch einige Zeit dauern. Also von daher ist das erstmal okay. So ist das dann. Ich werde jetzt eine Zeitrafferaufnahme machen. Ich kann hier nichts krabbeln sehen, augenscheinlich. Ich habe die Pflanze jetzt unter das Augenlicht genommen und ich sehe nicht wirklich was. Ich meine, gestern im Film haben wir gesehen, dass da was krabbelt. Aber was das ist oder wie oder was auch immer, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Das heißt, ich mache jetzt mal eine Zeitrafferaufnahme. Und die schauen wir uns gleich an. Wir kommen zum nächsten Philodendron gleich. Ich zeige euch vorab aber jetzt kurz die Zeitrafferaufnahme von der Bergepalme, von den Tierchen, die da drauf sind. So ein bisschen was kann man da krabbeln sehen, aber nicht wirklich viel. Ob das nur Schädlinge sind oder nicht, kann ich nicht identifizieren. Ich versuche es ein bisschen zu vergrößern in der Bearbeitung. Nun ja, schauen wir mal. Ich greife erstmal nicht ein. Warten wir erstmal ab, würde ich sagen. Was sich da so insgesamt noch zeigen wird. So und jetzt kommen wir zum Philodendron. Hier hatten wir ja schon eine Veränderung hervorgerufen. Ich frage mich jetzt allerdings nicht, was damals hier los war. Ich ziehe ihn mal eben raus. Also das neue Blatt sieht gut aus, was jetzt rauskommt. Hat scheinbar Schwierigkeiten. Ich belasse es aber so, um zu gucken, ob er trotzdem alleine rauskommt. Gut, Luftfeuchtigkeit ist noch nicht optimal. So, die Wurzeln sehen mega aus. Also wesentlich besser als beim letzten Mal schon mal. So, hör auf. Das heißt im Klartext, ich muss ihn vorsichtig wieder einbetten hier. Ohne mir die Würzelchen kaputt zu machen. Und dann checken wir gleich mal, wie die Werte jetzt aussehen. Ob der Bearbeit okay ist, ob er stabil ist oder wie auch immer. So Bearbeit bei 6 in dem Sinne wäre ja optimal. Leicht runter, leicht drüber. Aber auf jeden Fall nicht unter 5. In der Wirklichkeit auch nicht über 7. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Auch das letzte Blatt hat hier noch so eine, ja, nicht so schöne Stelle. Hat sich jetzt aber großartig nicht verändert. Und von daher ist es schon mal ein kleiner positiver Erfolg. Ich werde das jetzt mal eben messen. Und in dem Zuge gucken wir uns gleich den Mutti auch nochmal an, wie sich da das Ganze entwickelt. Hier nochmal kurz gesehen den Wert, den wir vorhin ermittelt hatten. Also das sieht okay aus. Erstmal würde ich sagen, ja, ist noch ein kleines bisschen runtergegangen. Der Philodendron White Princess. Auf jeden Fall weiße Variaterform. Hier würde ich sagen, gucken wir auch gleich, wie die Werte aussehen. Aber wir gucken erstmal die Entwicklung an der neuen Blätter. Denn die sehen schon mal ganz gut aus. Das ist schon mal okay. Auch das Blatt hier ist neu herausgewachsen. Hier haben wir noch so einen kleinen Fleck. Aber ansonsten sieht das schon mal ganz in Ordnung aus, würde ich sagen. Ja, interessante Sache mit den Philodendronen allgemein. Würde ich sagen, dass sie so zicklein sein können. Aber auch hier sehen wir, das Blatt schlüpft tatsächlich von alleine raus. Also da brauche ich nichts machen. Der Stiel schiebt sich nach oben und zieht dann das Blatt so ein bisschen mit, könnte man sagen. Und dementsprechend öffnet sich hier die Blatthülle aus dem vorherigen Blatt heraus. Also das sieht soweit ganz gut aus. Mal gucken, wie das hier drin aussieht. Ja, grüne Suppe. Naja, das ist nicht so schlimm, weil es ist ja halt auch nicht abgedeckt in dem Sinne. Mal gucken, ob ich hier noch einen Wert erzielen kann. Wenn nicht, ist auch nicht ganz so schlimm. Wir gucken auf jeden Fall mal kurz, wie das bei dem anderen Schätzchen aussieht. Bei dem Kopfsteckchen, den wir jetzt gerade gesehen haben. Das sieht okay aus soweit. Reguliert sich noch ein bisschen. Mikro Siemens wird gut 200. Das ist schon eine Ansage. Ja, das heißt also, er hat einiges aus dem Wasser rausgeholt. Könnte dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr gebrauchen. Ist aber nicht zwingend, weil nach wie vor sind wir noch im Austesten mit dem HPE-Dünger. Oder so die Werte sind im optimalen Bereich, im minimalen Bereich und im Überschuss in dem Sinne. Ja, müssen wir gucken, abwarten einfach. Aber so, würde ich sagen, ist das schon mal ganz okay. Die Pflanze hat uns ja auch gezeigt, dass es ihr schon mal besser geht in dem Sinne. Ja, als heute ist heute es. Auch beim Philodendron sollte der PR wieder auf keinen Fall abballern. Das ist nicht der Burner in dem Sinne. Ja, okay. Dann checke ich den Wert hier nochmal bei der Mutti. Und dann, ja, schauen wir gleich mal. So unterschiedlich kann das sein. Ja, gut, ist jetzt auch eine größere Pflanze schon. Die holt natürlich einiges raus. PR-Wert 4,6 könnte man ungefähr sagen. Vielleicht geht er sogar noch runter. Mikro-Siemens 360. Das ist soweit okay, aber der PR-Wert ist hier auch abgeschmiert. Also ist schon unter 5. Und das ist jetzt also nicht mehr im optimalen Bereich. Das heißt, wir werden hier die gleiche Variante reingießen, würde ich sagen, wie eben auch bei den anderen vorhin. Also da gibt es in dem Sinne keine Veränderung. So, davon habe ich nämlich noch etwas tatsächlich. Was hatten wir jetzt? 400 zu 600, also 400 Milliliter Leitungswasser und 600 Milliliter von dem reinen Wasser. Und dementsprechend 0,9 Milliliter von dem HPE-Dünger. Und da gießen wir jetzt auch ordentlich was rein, dass dann dementsprechend auch was drin steht hier unten drin. Denn das ist ja eine Selfwatering. Aber hier sehen wir mal wieder, umso länger das Wasser drin steht, umso mehr verändern sich dann auch die Werte. Oder umso schneller, weil wir hier eben nicht oft nachliefern. Anders ist das gegeben halt in den Töpfen, die im Untersetzer stehen. Da lieferst du immer kontinuierlich nach, weil ja Alter auch nicht so viel reingeht. Und dementsprechend ist das dann noch in der Handhabung etwas einfacher. Ja, aber insgesamt bin ich jetzt schon mal ganz zufrieden, muss ich sagen. Da sind wir auf einem guten Wege. Das mit dem Philodendron wesentlich besser hinzubekommen. So, okay. Dann gebe ich erstmal ordentlich was rein. Und gegebenenfalls werde ich das mal, wenn er es nicht verbraucht, in spätestens, ja, ich würde sagen so vier, fünf Tagen, dann dementsprechend wechseln. So, okay, dann haben wir das hier mit durch. Ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwas finde an Philodendron, wo wir vielleicht noch einen Anhaltspunkt mitnehmen können, wie wir sie besser versorgen. Also, wie gesagt, pH bei sechs, wie groß siemens könnte man jetzt hier schon sagen, bei 400 ungefähr, Pi mal Daumen, wo gemerkt. Das kann ruhig ein bisschen runter, voraussichtlich auch ein bisschen höher sein, aber eben nicht im Übermaß, wie wir es vorhin gesehen haben bei der Melanocrysum. Das war echt too much. Wir kommen zum nächsten Philodendron, lange nicht gesehen. Das sind Florida Beauty, beides, einmal der im Vordergrund und einmal der im Hintergrund. Der sieht mal richtig klasse aus, muss ich sagen. Aber vor allem die Werte sehen genial aus. So, das ist das neue Blatt hier oben, was kommt. Das sieht sehr spannend aus. Das sieht man aber erst, wenn es ausgereift ist. Aber man kann schon die Panaschierung so ein bisschen erkennen, denke ich mal. Ja, was ist hier so besonders? Die Werte. Da habe ich gerade selber blöd geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kriegen wir das so hin? Ja, siehst du mal. Pia-Wert ist hier recht niedrig, unter 5 schon. Wir sehen aber, der Pflanze geht es noch gut. Das ist schon mal sehr interessant. Was viel interessanter ist, ist der Mikrosiemenswert, den wir jetzt leider nicht sehen können. Zumindest sehen wir nur eine Zahl. Ich versuche hier mal zu drehen. Kriegen wir das so hin? Noch nicht ganz. Noch ein kleines Stück. So vielleicht. Ja. 11 Mikrosiemens. Oder die Waldfee. Das ist ja fast ein Wert wie im reinen Wasser. Ne, ist es. Ist es tatsächlich. Wir haben so um die, siehst du wohl 10, ne? Um die 10 bis 13 Mikrosiemens tatsächlich bei uns im Osmosewasser. Boah. Das ist jetzt meine Hausnummer. Okay. Der Kandidat macht hier etwas mit dem Wasser. Also er schluckt da einiges raus. Das ist mal sehr interessant. Ja. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Bin ganz ehrlich. So. Und da bin ich aber gespannt, wie es gleich beim zweiten aussieht. Ich habe Wasser schon mal angesetzt. Jetzt wieder. 400 zu 600 zu 0,9. Also 400 Leitungswasser, 600 Osmosewasser und dementsprechend 0,9 Milliliter von dem HPE-Dünger. Das ist jetzt mehr oder weniger die neue Variante. Also im Leitungswasser etwas gestiegen. Das heißt also etwas mehr Kalk dazu. Also das ist schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Ich meine, der Pflanze geht es richtig. Achso, wir sehen dann die Wurzeln auf der Rande. Hier guckt. Wie sehen denn die Wurzeln? Oh, da ist aber heftig. Was ist los? Ja. Holadivaci. Ich würde sagen, kein Wunder, dass die Pflanze da alles rausholt aus dem Wasser. Also das ist schon der Burn. Da kriege ich euch dann jetzt hier wieder rein. Vorsichtig. Ja, kriegen wir. Wunderbar. Also, das Wasser gießen wir gleich raus. Und in dem Zuge, ja, befüllen wir das dann mit der Variante, die wir jetzt gerade gesehen haben. Wir angesetzt haben. So, und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das bei dem Schätzchen hier aussieht. Ja, crazy. Machen beide gleichzeitig ein Blatt. Hier ist eher Grün-Touch im Moment noch angesagt. Aber okay, in der Variation verändern sie sich auch von Zeit zu Zeit mal so ein bisschen. Es ist also nicht immer gleichbleibend. Hör mal auf. Hitschibitschibutschibum. Ja, wir checken erst mal. Und wie schaut es jetzt beim nächsten Kandidaten aus? Lachst du dich kaputt? Genauso. Genauso per unter 5. Mikrosiemens ist bei 12. Also ist schon interessant, muss ich sagen. Also es ist krass. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Okay, man lernt nie aus. Beziehungsweise erlebt immer wieder mal neue Fakten oder Faktoren in dem Sinne. So, ich nehme das mal an die Seite. Ähm, und dann gucken wir uns die Pflanze nochmal ran. Also auch die zickt in keinster Weise rum. Also ist schon crazy, ne? So, dann gucken wir uns auch hier den Wurzelbereich an. Tada! Alles wunderbar, würde ich sagen. Richtig klasse. Ja, also das ist schon interessant, ne? Dass die Wurzeln das so, äh, dass die Pflanzen das so hinbekommen, ne? Also ist schon crazy. So, okay. Also hier kommt dann auch die Variante jetzt reingegossen. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Mutti an. Das waren jetzt zwei Steckis mittlerweile davon. Und dann gucken wir uns mal die Mutti an, wie die sich so entwickelt hat tatsächlich. Also ist schon eine interessante Sache. Ja, und vor allen Dingen ist es eine wunderhübsche Pflanze. Wir haben ja noch die, na, stellt sich mal bitte scharf. Dankeschön. Wir haben ja noch, das ist jetzt die Beauty, ne? Wir haben ja noch die Ghost. Ähm, aber da kommen wir heute nicht mehr zu. Das wird zu viel. Ja, die Waldfee. Wie gesagt, ich muss heute auch nochmal weg. Und von daher. Aber die Mutti, die checken wir jetzt nochmal. Meine Lieben, wir kommen gleich zum Schluss. Ich wollte das Blatt mal kurz gezeigt haben. Hier sieht man diese grünen Panaschierung, ne? Also das Dunkle, Grün in dem Sinne, was man hier so sieht. Das bleibt auch grün. Und das helle, dieses helle Grün, das wird dann später die Panaschierung. In dem Sinne ist es ja schon. Aber das werden dann diese hellen Bereiche, ne? Dass wir das nochmal kurz so mitnehmen. Ne? Also wenn du so eine Pflanze siehst, ein neues Blatt und denkst, ach, das ist ja nur grün-grün. Ähm, das helle Grün, das wird tatsächlich später, ja, diese Panaschierung. So. Okay, wie sieht es aus bei der Mutti? Ich hoffe, wir kriegen das jetzt in einem Rutsch hin. Das wäre ja mal ganz schön. Wie weit ist? Nicht 5, 4, sondern... Ich gehe mal in Höhe. So, ein Stück höher. So, jetzt müsste man es sehen können. 6. 6,4. Das ist so okay, würde ich sagen. Micro Siemenswert, habe ich gerade schon gemessen, liegt bei 100, also auch nicht besonders viel. Ja, interessant, ne? Wie unterschiedlich das sein kann. Aber trotz alledem, ja, mega spannend, finde ich. So, das heißt, wir gucken uns aber auch hier nochmal kurz die Wurzeln an, würde ich sagen. Ich hoffe, mir fällt jetzt nichts um hier. So, da leh. Und dann ziehe ich den mal vorsichtig heraus. Die sieht schön aus. Die alten Blätter, die haben tatsächlich auch mal gelitten hier, ne? Hier sieht man braunen Anteil und auch bei dem Blatt hier. Aber ist okay. Und das ist der Bereich, der neu herausgewachsen ist hier. Also mit wirklich wunderschönen Blättern. Kannst du gar nicht sehen. Guck mal. Richtig hübschen Blätter, ne? Das ist das ganz Neue. Das scheint aber wirklich, ja, obwohl es ist ein bisschen Panaschierung drin. Naja, wollen wir abwarten. Wie gesagt, Blätter sind alle recht unterschiedlich. So. Wie sieht hier der Wurzelbereich aus? So, ist auch okay, würde ich sagen. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, so unterschiedlich kann das sein, ne? Aber wie gesagt, die wurde hier nur auch schon zweimal zurückgeschnitten. Klar, geht da auch mal ein bisschen Kraft verloren in dem Sinne. Die muss erst wieder neu herauswachsen und so. Aber okay. Ja, siehst du wohl. Holly Waldfee. Okay, die Florida Beauty der Philodendron. Ja, wow, wie unterschiedlich diese Panaschierungen aussehen, ne? Schon toll. Die Blätter sind ja nun wirklich wunderschön, ne? Obwohl die noch nicht arttypisch sind, ne? Die haben wir von der Form eine ganz andere später mal. Die werden also länglich. So, wie sieht es jetzt aus hier nach dem Durchspülen? Wir sind bei, ja, knapp nicht ganz 200 Mikrosiemens. Das ist okay jetzt bei dem Melanokrysum. Das haben wir also schon mal hinbekommen soweit. Wie ich sie weiter versorge, muss ich mal gucken. Die kriegen dann jetzt die gleiche Variante wie die anderen auch. Hier sind wir noch bei 450 Mikrosiemens. Ist aber auch okay. Oder hatte ich da die dümme Variante reingekippt? Ne, Quack mit Soße. Nein, nein. Auch mit reinem Wasser. Ja, also im Basalt kriegt man das Salz schneller rausgespült als im, ja, mineralischen Mix-Substrat in dem Sinne, Vulcaflor oder whatever. Weil hier speichert das Substrat, ne? Und hier eben nicht im Basalt. Weil das ist ja nicht offenporig. Dürfen wir nicht vergessen, ne? Aber das mal kurz so, ja, mehr oder weniger am Rande mitgenommen. Eins konnte ich bis jetzt auch schon mal feststellen. Und zwar die Philodendron Florida Beauty wachsen wesentlich langsamer als die Florida Ghost. Das ist jetzt eine von denen hier. Und hier habe ich so diesen Indikator, zumindest bis heute, ob es so ist, weiß nicht. Müssen wir nochmal checken. Wenn die Blätter fast nur noch weiß werden, hatten wir ja mal gehabt, ne? Die waren komplett weiß, dann ist der pH-Bert im Keller. Ne? Und wenn Sie diesen Grün-Touch bekommen, so wie hier, ne? Dann ist der pH-Bert in der Regel okay. Das habe ich also damals zumindest schon mal mitgenommen, ob es jetzt immer noch so ist. Ich muss mal gucken, ob ich eine finde, die einen weiß-Anteil hat. Dann könnten wir das nochmal gegenchecken. Also die weiß ist in dem Sinne, ne? Dann könnten wir das nochmal gegenchecken, wie das aussieht. Aber im Moment, so wie es aussieht, ist es so, dass also alle einen grünen Touch haben. Also läuft das schon mal wesentlich besser. Ja, und das ist hier halt die Beauty, ne? Also wirklich wunderschön. Da werde ich auch demnächst wieder Steckis von machen. Also die gebe ich jetzt noch nicht ab, ne? Das ist, da muss ich erst mal ein paar von machen, bevor ich die abgeben kann. Vor allem, weil die auch in der Variation sehr unterschiedlich sind, ne? Das ist so, ne? Das ist wie bei den Monstera Albo Varigata, ne? Nicht jedes ist gleich. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die diese hier komplett vergrünen können. Also zumindestens habe ich das noch nicht erlebt. Was ich aber interessant finde, dass die so Ausscheidungen haben, die kleben. Also wenn du mal so an so einem Blattstiel packst oder so, ne? Das klebt dann. Das wird wohl auch ein Schutz vor Fraßfeinden sein. Gehe ich jetzt mal zumindest von aus. Denn ich konnte bis dato noch keine Schädlinge an den Philodendron Floridas in dem Sinne erkennen. Die haben also wirklich so eine Klebeschicht. Auch wenn man ein Blatt hat, was in irgendeiner Art und Weise, ja wie soll man sagen, beschädigt ist. Was so aussieht, als wenn da was dran rumgenagt hätte oder gesaugt hätte. Dass da also auch Kleber in dem Sinne rauskommt, ne? Und man sieht also keine Schädlinge. Ja, bis dato zumindestens nicht. Weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon hast. Oder hast du bei deinen Floridas, ob du Beauty oder die Ghost Schädlinge gehabt? In dem Sinne, würde mich mal interessieren. Weil, wie gesagt, also mir ist es noch nicht aufgefallen, dass Schädlinge dran sind. Und wenn denn mal welche dran waren, dann werden die wahrscheinlich, ich sag mal so, kleben geblieben sein. Ne? Weil die sind echt klebrig. Das ist schon interessant. So, jetzt muss ich aufpassen. Die Kamera darf ich jetzt nicht anfassen. Muss ich mal gucken. Ach, kann ich ja irgendwie mit dem Gelenk machen in dem Sinne. So, dann beenden wir das Ganze heute erstmal. Denn es geht mit Sicherheit ganz bald weiter, meine Lieben. Ja, okay. Okay, also, bei den Philodendronen Melanocrysum sind wir schon auf einem guten Weg. Ich habe noch ein paar andere, die jetzt auch nicht so doll aussehen. Aber ich wollte es jetzt nicht überspannen, das Ganze. Weil das war doch ziemlich viel heute. Also für mich jetzt. Denn diese ganze Messerei, das hält tatsächlich auf. Ist aber schon ganz wichtig, um zu lernen. Ganz klarer Fall. Okay. So, aber ich denke mal, trotz alledem konnten wir einiges heute mitnehmen. Von den Pflanzen auch. Auch Sicht. In dem Sinne. Sondern nicht nur. Ich wollte eigentlich, ich zeige sie ganz kurz. Jetzt unsere Monstera. Ja, Mint. Monstera Adanson im Mint. Die wollte ich eigentlich gecheckt haben mit euch heute. Denn die steht nach wie vor im Perlit und macht sich wunderbar. Richtig klasse. Ja, also ist genial. Aber ich denke mal, bei den Philodendronen kommen wir allgemein auch irgendwann mal auf den Weg. Das ist auch so. Ich habe das auch zum Teil vernachlässigt. Aber auch, um dann eben checken zu können, was ist denn, wenn ich jetzt eben nicht akribisch mal checke und nachmesse. Weil, ja. Wir wollen ja auch sehen, warum leiden die Pflanzen? Warum treten Schadstellen auf? Oder Fehlstellen? Oder warum funktioniert irgendwas nicht? Deswegen machen wir das ja hier. So, okay. Also, dann müssen manche Pflanzen einfach mal herhalten. Und wenn wir dann sehen, wie das dann aussieht, die Werte und so, dann können wir etwas lernen. Dann wissen wir genau, oh ja, genau. Also, Pervert ist runter. Also, gucken wir schon, dass wir den Pervert auf einen bestimmten Bereich hinbekommen, halten in dem Sinne. Also, in dem Falle dann, in der Regel kann es eigentlich bald sagen, bei 6. Bei 6 wachsen die meisten Pi mal Daumen, plus, minus dann. Außer eben so ein paar Spezies, wie wir wissen. Aber ansonsten ist das schon ganz okay, wie das jetzt läuft, würde ich sagen. So, okay. Wie gesagt, wir wollen ja was mitnehmen und lernen. Das geht nur, wenn ich zeige, wenn eine Pflanze mal leidet. Das ist nun mal so. Okay. Okay.